Er sieht aus wie ein Fahrzeug aus der Zukunft, vielleicht aus Star Wars oder das Batmobile auf zwei Rädern. Bei vielen Bikern, zumindest den eher traditionellen, polarisiert er jedoch stark. Ich weiß nicht, ich könnte mir noch nicht dran gewöhnen, da bleibe ich lieber bei meinem kleinen Reizfeld. Auch ich wusste, zumindest beim Einschauen von Fotos am Anfang nicht so recht, was ich mit dem Design anfangen soll. Eins ist auf jeden Fall klar, der BMW CE 04 ist ein mutiges Fahrzeug, ein urbanes Fortbewegungsmittel der neuen Art. Ich gebe Gas und ich gehe runter vom Gas und er chargt. So funktioniert das. Wie sich der E-Roller fährt, Reaktionen am Straßenrand und auf der berühmten Berliner Spinnerbrücke und wie immer, wie viel Spaß der 04er macht, all das jetzt. Ganz simpel, ihr drückt hier einfach auf das R rauf und schon am Gasgift drehen, fährt die CE 04 rückwärts. CE 04. Was heißt das eigentlich? CE 04. Also das C steht bei BMW typischerweise für die Rollerserie. Das E ist klar für Elektromobilität und das 04 ist so vergleichbar mit einer Rollerklasse, also 400 Kubik. Das T-Sign total schnörkellos. Also unglaublich, diese lange Sitzbank und dann schaut mal hier, durch die Sitzbank können wir durchgucken. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Da ist also im Prinzip hier so ein Spalt. Wahnsinn. Der Akku ist ganz flach eingebaut mit Lamellen. Dann hinten das Federbein, die 15 Zoll Räder hinten. Und dann dieses, ja, dieses Design, dieses schnörkellose CE 04 groß. Von vorne hat sie sogar, ja, so ein bisschen, ja, ganz klar einen bösen Blick. Auch vorne 15 Zoll Räder. Dann dieses kleine Windschild. Das wird natürlich relativ wenig bringen. Aber der CE 04 Roller ist auch nicht für die lange Reise, für die Autobahnfahrt ausgelegt, sondern für urbanes Fahren in der City. Und da fährt man eigentlich selten mehr als 50 kmh. Daher, ja, das Windschild. Aber natürlich auch super von der Anordnung her, von der Farbigkeit. Es ist total stimmig. Und ich muss sagen, die BMW-Ingenieure bei diesen Dingen, ja, die haben echt Mut gehabt. Das sieht schon sehr, sehr speziell aus. Und ich muss zugeben, so die ersten Fotos, die ich gesehen habe, habe ich gedacht, naja, was ist das? Aber wenn ich jetzt hier davor stehe, die beeindruckt mich. Wirklich. Und von vorne sieht das Ding wirklich richtig biestig und schnittig aus. 8,9 Kilowattstunden leistet die Batterie, die hier ja besonders tief eingebaut ist und daher auch ein Stahlrohrrahmen. Also es ist eine komplett neue Plattform. Stahlrohrrahmen. Und fällt euch was auf, dieser Radstand. Der Radstand ist unfassbar groß. 1675 mm. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. 1675 mm. Zum Vergleich, eine Honda Goldwing hat 1695 mm Radstand. Ja, klar. Das muss so sein, damit eben 8,9 Kilowattstunden hier untergebracht werden müssen. Übrigens, eine Entwicklung aus dem Automobilbereich, aus dem iX Bereich von BMW. Der Akku, das ist im Prinzip eine Akku-Einheit, die BMW hier eingebaut hat, aus dem iX. Und so wie es sich für einen Roller gehört, ist natürlich auch ein Helmfach integriert. Das kriegt ihr auf. Gasdruck gedämpft. Und dann habt ihr hier, ich packe mal mein Quatsch hier aus, wunderbare Staumöglichkeiten für euren Helm. Also mein Integralhelm der AGV K6 passt hier wunderbar rein. Oder ihr habt eben mal ein bisschen anderes geraffelt, was hier reinpasst. Ja, ausreichend groß. Dann hier vorne gibt es einmal eine Geschichte zum Handy laden. Hier könnt ihr euer Handy induktiv laden. Oder ihr habt eine USB-C-Schnittstelle und auf der rechten Seite gibt es dann hier den Typ 2 Ladestecker, damit der CE 04 auch wieder genügend Saft zum Fahren hat. Und dann hier in der Mitte nochmal eine 12 Volt Steckdose. Angetrieben wird der CE 04 von einem flüssigkeitsgekühlten Synchronmotor mit einer Maximalleistung von 42 PS bei 4.900 Umdrehung in der Minute. In der optionalen Leistungsreduzierung für A1-Fahrer bei 15 PS. Andererseits bei vielen Elektrorollern befindet sich der Motor nicht an der Radnabe, sondern ist zwischen Batterie und Hinterrad montiert. Das maximale Drehmoment liegt bei 62 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 120 kmh abgeriegelt. Den Sport von 0 auf 50 erledigt der CE 04 in schnellen 2,6 Sekunden. BMW gibt als Reichweite ungefähr 130 Kilometer an. Die Batterie leistet 8,9 Kilowattstunden und die Technik kommt teils vom BMW iX. Die Ladeleistung liegt bei 2,3 Kilowatt mit dem integrierten Ladegerät. Damit ist der Roller in ca. 3,5 Stunden von 0 auf 80 Prozent geladen. Mit dem optionalen Schnellladegerät gibt es an die 6,9 Kilowatt Ladeleistung und das bei einer Dauer von 65 Minuten in den 0 bis 80 Prozent Bereich. Auf die Waage bringt der Roller 231 Kilogramm. Zum Fahrwerk. Vorne arbeitet eine Einbrückenteleskopgabel mit 100 mm Federweg. Hinten eine Einarmschwinge und ein direkt angelenktes Federbein. Und die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar. Bei der Bremsanlage werken vorne zwei Scheiben mit 265 mm Durchmesser. Und hinten gibt es eine Scheibe ebenfalls mit 265 mm. Der Einstiegspreis für den Elektroroller liegt bei 11.990 Euro. Dieser Sound. Hört ihr das? Ich hoffe, ihr hört das jetzt gut durch den Helm. Back to the future. So klingt das. Wir sind in der Mitte Berlins im Regierungsviertel. Da drüben der Hauptbahnhof. Hier auf der mir rechten Seite das Bundeskanzleramt. Paul Löberhaus, Reichstag, Bundeskanzleramt. Und ich fahre mit dem BMW CE 04. Erster Eindruck. Ich sitze sehr bequem. Das muss ich wirklich sagen. Die Sitzbank ist nicht besonders weich. Also in die Alpen würde ich damit nicht fahren. Aber durchaus bequem. Auch was manche sagen, dass sie zu schmal ist, finde ich gar nicht. Im Gegenteil. Das ist dann für die Beine ganz gemütlich. Trotz ihrem Gewicht, deutlich über 200 Kilo, ist sie unheimlich agil. Und dann herrlich. Guck mal hier. Einmal die Füße hier nach vorne. Und dann hat man so ein bisschen die Sofa-Situation. So, wir sind jetzt im Eco-Modus. Das wollen wir nicht. Den schalten wir mal um. In den Dynamic-Modus. Und dann geben wir mal Gas. Uiuiuiuiuiuiuiui. Da geht einiges. Und ihr merkt, ich habe jetzt nicht gebremst. Das ist diese Rekuperation. Das heißt, er bremst. Und das sieht man auch ganz gut. Schaut mal, ich gebe jetzt Gas. Und jetzt seht ihr hier auf dem Display, wie zurückgeladen wird. Es wird geladen. Tolle Sache. 86 kilometer restreichweite und ich finde das reicht um die 120 kilometer im urbanen bereich im stadtbereich reicht völlig aus ihr könnt eine hauszeit steckdose laden ihr könnt wenn ihr ein e-auto habt so wie ich zum beispiel an der wallbox laden und dann ist der akku auch relativ schnell voll das macht riesen spaß und eins ist ganz klar die leute gucken immer wieder gucken was ist das sprechen ein an was ist das für ein motorrad eine bmw also dieses design was ich gesagt habe ist mutig von bmw aber irgendwie hat es was und auf jeden fall erregt es aufmerksamkeit die leute schauen und fragen also in der city an der ampel gehört ihr mit dem c 04 auf jeden fall zu einem der ersten im sport auf 50 zumindest die ist wirklich total wendig go kart mäßig wie die sich zirkeln lässt und da merkt man natürlich auch das konzept was die ingenieure hier gebaut haben den akku möglichst tief einzubauen tiefer schwerpunkt und so ist das ding unheimlich handlich trotz des ja ich sag mal hohen gewichts wobei andere vierhunderter roller haben ähnliches gewicht das ist jetzt also nicht besonders viel meine r90 ist ja auch ein ganz berühmter elektroroller hat 210 212 kilogramm also viel schwerer ist der 0 4 auch nicht durch dieses one pedal in dem fall wäre es nicht one pedal sondern one gasgriff drei ring müsst ihr nicht bremsen man muss sich ein bisschen umgewöhnen bei dieser fahrweise also relativ früh vom gas gehen und dann nicht analog vom gas gehen nicht digital vom gas gehen sondern ein bisschen weniger vom gas gehen und so reguliert ihr dann im prinzip die rekuperation und die bremse fünf minuten zehn minuten dann hat man es drauf also dieser bmw roller ist rum fähig was meine ich damit durch die gassen durch die autos hin und her zu zirkeln überhaupt gar kein problem das ding macht das mit und ist notwendig der berliner potsdamer platz und ihr seht wieder hier der herr in der roten jacke guckt nickt also und auffällig könnt ihr euch mit diesem roller nicht durch die stadt bewegen da steht schon mal fest und der coolnessfaktor ist auf jeden fall da und ich werde es nachher auch noch mal an der spinnerbrücke testen da glaube ich aber bei den er wie soll ich sie nennen traditionellen balkern dass die das nicht so toll finden das fahrwerk hier gullis und bodenwellen und fahrbaren unebenheiten und fahrbaren schäden gleicht es super aus wunderbar freunde wirklich diese kurvenlage ist hervorragend die lässt sich so leicht rein drücken und fährt wie auf schienen wie auf schienen einzig was mir nicht ganz so gefällt das navigationssystem ist super das könnt ihr mit eurem handy koppeln mit kartenanzeige mit einem drum und dran aber es gibt keine ladevorschläge in der app also wie beispielsweise bei tesla da könnt ihr machen ladevorschläge nach dem supercharger oder anderen ladestationen das gibt es hier nicht so ich bin wieder im westteil der stadt in der city west und jetzt zeige ich euch mal dieses one pedal oder one gasgrift driving so würde ich das jetzt nennen ohne probleme werde ich jetzt eine längere strecke fahren ohne zu bremsen die rekuperation macht es möglich einfach vom gas gehen und fahren so am bevor es auf rot ich gehe ein bisschen vom gas sanft vom gas und das war es keine bremse ein bisschen vorausschauend muss man natürlich fahren so der bremst kein problem ich bremse nicht ihr seht nur unheimlich komfortable art sich vor zu bewegen und natürlich auch eine die euch reichweite gibt tolles gerät okay ich muss jetzt sogar ein bisschen mehr gas geben damit ich rankomme das war's sie gucken alle sie gucken sie können nicht anders toll 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 ein bisschen drücken und sie liegt tolle kurven lage wirklich 15 zoll räder zwar nur aber eine ganz tolle kurven lage wirklich 15 zoll räder zwar nur in der hohen lage also wer so fährt hat natürlich im leben keine 120 kilometer reichweite logisch die domäne und die effizienz hat der ce 04 im urbanen stadtverkehr da schafft er die 120 kilometer hier auf der autobahn mit viel wind nicht annähernd also diese stellung hier liebe ich 100 stundenkilometer oder aus dem auto rausgeguckt der junge frau nach vorne gebeugt umgedreht wirklich über was der hier an aufmerksamkeit auf sich zieht gut wenn wir jetzt so weiterfahren wir sind bisher 40 45 kilometer gefahren plus die 40 werden 85 erreichen wir die 120 nicht aber vor dem autobahn abschnitt habe ich das ganze mal hochgerechnet da wären es prima darum 120 130 kilometer reichweite neben im stadtbereich spinnerbrücke berlin und einmal die blicke so und am ende einer wirklich beeindruckenden probefahrt für den fahrbericht auf drei verfahren habe ich es mir noch mal gemütlich gemacht auf der berliner spinnerbrücke und ich habe es bei keinem fahrbericht bisher so erlebt dass ein motorrad oder ein roller so viel aufmerksamkeit erregt also jeder guckt mal jeder staunt mal geht ein bisschen näher und dann habe ich ja am nebentisch saßen zwei biker und die haben sich über den c 04 unterhalten und da ja habe ich mal gefragt wie deren meinung ist und einer davon ist weil die dem gehört dieses teil hier eine 25er also ein mofa damit will er nach hamburg fahren im juli ganz toller typ und den habe ich mal gefragt was er von dem ding hält weil ich habe gehört ja dass er da nicht so ganz begeistert ist wissen also ich könnte noch nicht dran ihm werden da bleibe ich lieber bei meinem kleinen reich fährt alles klar so dann wird man hallo bella dann wird mal getankt das ist wirklich klasse hier wenn ihr mal rum kommt zeigt das mal hier kann man rum bitte hier vorne auf der seite ist die ladeklappe typ 2 stecker also mit jeder normalen wallbox ganz einfach zur handhaben kabel einmal rein und zum laden fahrzeug ausschalten das machen wir und ihr seht hier vorne dreimal zehn ampere 87 prozent wie hier im prinzip der strom rein ist und voll ist sie um 18 uhr 15 91 kilometer bis 105 kilometer also eine echt super sache hier mit der easy wallbox kann ich bis 11 kilowatt laden das macht sie nicht aber sie macht bei voller ladeleistung das ganze in ja 65 minuten ist sie voll noch nie hatte ich bei einem fahrbericht so neugierige blicke egal wo ich mit dem ce 04 in berlin unterwegs war überall haben sich die menschen nach dem e-roller umgeschaut wirklich über alle ja und egal ob einem das design des 04ers gefällt eins ist für mich klar hier hat bmw die messlatte richtig hoch gesetzt und viel mut bewiesen ich bin fast sicher dass diese version erst der auftakt eines produktfeuerwerks ähnlich wie bei der 18 ist besonders gefallen haben mir die hochwertige verarbeitung das wirklich durchdachte konzept und die agilität im stadtverkehr der hauptstadt kurze ladezeit und tolle fahreigenschaften werden sicher dafür sorgen dass der ce 04 ein erfolg wird die eingangsfrage ob der roller spaß macht kann ich eindeutig mit ja beantworten sehr großen spaß sogar